Dach aus dem Sauerland. Ja, ich sitze hier mit meinem kleinen Fässchen, mit dem leckeren Bierchen von meinem Kumpel. Der hat so eine kleine Hausbrauerei und der schickt mir immer ab und zu so ein bisschen Deputat. Und er hat mich heute Morgen so gefreut, da kam ein Paket und siehe da, da war der Blockheadranner drin von Kronen und Thiel. Und den habe ich mal schnell in mein Pfeifchen gestopft heute Abend. Und dazu dieses hervorragende, selbstgebraute Dunkelbier. Ja, Helmut, da muss ich nochmal ganz viel Danke sagen für dieses schöne Döschen. Das versüßt mir heute den Abend wunderbar. Und ich bin sehr begeistert von dem Tabak. Ich kenne den zwar, aber ich graue den unheimlich gerne. Und soviel zu diesem Thema. Erstmal Prost. Was gibt es Schöneres, als abends draußen zu sitzen, die Vögelchen zwitschern zu hören, ein Pfeifchen zu rauchen, leckeren Tabak und den Atem zu geben. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und versucht das mal. Das war's schon. Tschüss.